Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Call of Duty Black Ops 3 im Multiplayer. Voll Bock gerade auf das Game. Ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass ich gerne mit der... der Waffe hier, ich weiß gerade nicht wie die heißt, P098. Ich habe auch gerade den Namen vergessen, es tut mir leid. Und er hat gesagt, egal was für Aufsätze oder so, Hauptsache diese Waffe. Ich hatte gerade schon mal eine Runde gespielt, um mit der Waffe so ein bisschen reinzuspielen. Deswegen habe ich auch einen anderen Aussatz. Ich bin tatsächlich die Waffe scheiße. Ich meine, wenn... Dass man da so aufladen muss, das finde ich so ein bisschen doof. Oh, jetzt habe ich bei einer... einen von uns getötet. Ich habe im... Ich habe mich gerade in eine Lobby eingeloggt, weil ich aus der anderen aber so krass. Bin ich wieder in der Lobby reingerutscht mit dem lieben Razoo. Der ist auch wieder da vor mir. Ich hoffe, dass er mir ein paar Kids mal überlässt hier. Wollte der Razoo nicht gerade töten, oder was? Sah so aus, ne? Ach, Mann. Egal, wir spielen mit der Sniper weiter. Der Zuschauer hat es sich ja so gewünscht. Ach, scheiße, ey. Die Waffe ist so im Müll. Ich freue mich, wenn die Runde vorbei ist, ey. Ja, wenn ihr möchtet, mit was für einer Waffe soll ich mal spielen? Mit welchen Aufsätzen und... Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ja. Weißt du was? Wir schimmeln jetzt mal hart ab, ey. Na, die Hellstorm geht auf mich. Fünfer. Das wusste ich sowas, ey. Feindliche Drohne nähert sich. Oh, je. Ich hab deinen Schatten gesehen, Junge. Meine nächste Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Ei, ei, ei. Ah, jetzt hab ich immer wieder das zu tun geladen, weil ich dachte, ich hätte Käpschlock drin. Der Feind hat Charlie. Komm mal, bleiß hier. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ha, ha, ha. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Feindliche Drohne nähert sich. Oh. Weil die Waffe ist Müll, Müll. Da habt ihr doch mit Absicht gemacht, ey. Jetzt sind die hinter mir. Drohne nähert sich. Ei, ei, ei. Ups. Ei, 48 zu 100. Was soll denn der Rummel, ey? Oh, scheiße. Hinter mir ist ja das Licht so hell. Oh, Leute. Tut mir leid. Ich mach mal gleich in der nächsten Runde mach ich das weg, ja. Oh, schicke Waffe. Habe ich auch. Wir stehen, wir also ich. 2 zu 13 mit der Waffe, ey. Kacke. Oh, wollen Sie die Zonen und verteidigen Sie sie? Das ist ein Problem. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Mit Schlag, Tarnung, freigeschaltet. Ohne gesichtet. Feindlicher Hellstorm über uns. Hier geht es wieder auf mich. Oder auch nicht. Ei. Boah, es läuft nicht. Feindliche Drohne nähert sich. Wo gammeln die denn überall? Hier bin ich gestorben. Was sind sie denn? Wir verlieren Alpha. Wir werden hier dominiert. Die Positionen da einnehmen. Sichern sie. Verbündetes Reps landeschef unterwegs. Charlie gesichert. Sindsbereit. Huuuuh. Tschuldigung. Alpha ist abgesichert. Über die Unterlieben. Von Rasen wurde ich getötet. Ich muss nämlich noch ein paar mit der Sens töten. Dann kriege ich so einen schönen Anzug. Den will ich natürlich haben. Sie ist abgesichert. Feindlicher Hellstorm unterwegs. Feindlicher Hellstorm unterwegs. Du schon wieder, Alter. Nein, ich komme nicht rein. Und er hat mir nicht Bescheid gesagt. Mutterschiff. Ja, Razo hat es mal wieder geschafft. Das Mutterschiff ist da. Ich komme nicht rein. Fuck. Das Mutterschiff ist schon geil. Feindliche Drohne gesichtet. Drohne nähert sich. Die ist immer dieses Time-Lack, ey. Aber die Waffe ist scheiße. Ich will die gleich wechseln. Das geht gar nicht. Boah. Mann, Mann, Mann. Boah. Rutscht da genau noch in seinen Schuss an. Der ist unsichtbar. Das war Lack. Aber Tod ist Tod, ne? Boah. Wie die immer auf den Ecken rauskommen, wenn sie nicht rauskommen, ey. Hachat's Mord. Ich sehe immer in den Ecken rauskommen, wenn sie nicht rauskommen. Bam. Wer soll immer... Schade. Aber wir haben noch gut aufgeholt, fand ich. Mit dem Bogen, nicht schlecht. Leider eine Niederlage. Naja. Mit der Waffe komme ich wahrscheinlich nicht hier weit. Aber war eine coole Waffe. Wenn ich eine Waffe spielen soll, schreibt es unten in die Kommentare. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.